Ja, ich habe sie getötet. Das sind aber nur die Zuschauer drin, meine Damen und Herren. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ich finde das Spiel schön, weil das hat überhaupt keinen Sinn. Wo ist das Spiel hier? 200 Upgrader. Zehntausend, da muss ich mich noch ein wenig bewegen. Also man muss sich bewegen. Ich weiß nicht, ob jemand drin ist. Und wo ist er denn jetzt wieder? Hallo? Hallo? Ich bin alleine auf der Welt. Warum hupft da jemand? Da hupft jemand. Das schaut genauso aus wie du. Bist du das da hinten? Kann ich mich in der Außenwelt bewegen, ohne dass ich umgebracht werde? Eher nicht. Spende den Link zum Roblox-Spiel. Wie macht man das? Macht's nicht. Lass doch die Leute reinkommen, ist doch egal. Ich weiß aber den Link nicht mehr auswendig. Was kann ich denn machen, wenn ich draußen bin? Kann ich da umgebracht werden? Ja. Ja. Dr. Strange? Wow. Diamonds. 200.000. Was? Wie viele Diamonds hat der? Wie lange hat der gespielt? Diesen Trick-Chat öffnen. Sieht man meine Nachrichten? Ja, sieht man. Deadpool. Wer hat die gebaut? The Flash. Follow one blooms at Calum. 4.000 starting cash. Moin, moin. Sul, wie heißt du? Sul heißt? Wie heißt du im Spiel? Leonhard133. Leonhard133. Ich würde ihn sofort abschießen. Du schießt hier gar keinen Atem mehr. Ach so, ich bin im falschen Spiel. Ich wurde brutto. Ich bin jetzt falsch hier ausruhen. Gleich. Hä, wieso habe ich keine? Okay. Die sind im Pussy-Modus. Oh man, die sind im Pussy-Modus. Jetzt ist einer rausgegangen. Danke. Jetzt kann ich ihn endlich umbringen. Alle die Leute, die die ganze Zeit im Pussy-Modus kämpfen, das sind eigentlich die schlimmsten. Ich sehe schon eine gewisse gewalttätige, äh, äh, eine gewisse gewalttätige Ader in dir. Okay, man muss einmal eine kleine Gesprächsrunde eröffnen, was in dir diesen Hass auf die Welt verursacht. Oh süß. Im Pussy-Modus kannst du mich nicht anreißen. Sollte man eigentlich wissen, wenn man im Pussy-Modus spielt? 12.000 würde er haben. Okay, 12.000 würde er nicht. Also Leute, kauf das Ding. Also jeder baut sich eine Base. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Natürlich sind wir auf Privat-Talk. Weil wenn Musik eingespielt wird. Kann die jetzt mal irgendwas kaufen, damit ich ihre Items bekomme? Kannst du meine Freundschaftsanfrage annehmen? Ja, ich nehme nachher alle Anfragen an. Ich habe hier keine Ahnung, was hier abgeht. Oh mein Gott, ist das so schnell. Das macht Spaß. Da kommt jemand gleich die Waffe, gleich zielen. Oh, der hat ein Pinguin. Dann knall den Pinguin mit ab, dann kam man wenigstens ein bisschen was zu essen. Ich habe heute bei, ich habe heute bei, ich habe heute bei Bloons Tower Defense einen kleinen Pinguin bekommen. Bist du noch da? Hallo? Einen kleinen Pinguin? Ja, so kann der. Was kann der? Er kann Pinguinen rumlaufen, merkwürdige Geräusche von sich geben und meine Verhaltensweisen studieren. Um sie späteren Generationen zu erzählen. Wo bist denn du? Oha. Was ist denn ein Advanced Dropper? Den holst du dir bitte. Den habe ich schon. Dann hol den nächsten. Iridium Dropper. Ja, den holst du dann einfach. Hi! High five! Was, du hast kein Geld? Ich habe 6.000. Ich habe kein Geld, nein. Ich habe auch kein Geld. Du hast mehr wie ich. Warte mal, ich schau mal schnell. Guck mal nach. Du hast viel mehr. 4.000, 5.000. Ich hatte gerade 70.000. Kann dir bei PetSim helfen? Oh, PetSim, das war dieses wundervolle Spiel. Ich muss mal wieder mehr Roblox spielen, ich sehe schon. Das gefällt mir. Auch bei PetSim helfen, bitte. Ich brauche die neuesten Pets. Bitte, 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 bitte. Kann ich da durch? Ja, ich kann durch. Das sind Laserstrahlen an der Tür, die wünsche ich mir manchmal auch. Wollen wir ein anderes Spiel spielen? Nein, jetzt machen wir nur 5 Minuten. Ich finde es wirklich schön. Nur schade, dass man die Musik nicht ausstellt. Kann man die Musik ausstellen? Was ist schon sehr, sagen wir mal, einsam hier? Come on. Mute Musik. Musik. Mute. Ja, aber dann höre ich, ich höre aber nichts. Ich höre sonst nichts vom Spiel. Ja, eben. Ich weiß, es ist halt die Kacke. Man hört eben nichts. Und deswegen möchte ich auch hier rausgehen. Na klar, steht hier. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Jetzt savest du deinen Speicherstand, den du save drückst und dann auf Slot 1. Habe ich. Und dann auf Alt F4 drückst. Alt F4? Ja. Jetzt bin ich gerade auf Erkundungstour, wollte mir hier gerade die Wohnung im noch höchsten Stockwerk anschauen. Damit ich die Mieten... Okay, wir spielen jetzt per Simulator und du sollst mir jetzt... Bitte, der, der geschrieben hat... Ja, Tiak... Aha, da hat er jetzt gerade was gehört, na? Dass er was umsonst kriegt. Sollst du mir da bitte helfen? Weil ich habe eh, glaube ich, die besten Pads von 1910, aber ähm... Jetzt nicht die neuesten Pads. Kannst du mir die bitte geben? Weil ich bin da ein guter Spieler in Padsim und möchte... Ich bin ein Sammler. Ja, verstehe ich so. Wie lügt! Ein Sammler brauchen eben... So ein schlechter Sch... Die neuesten Pads kannst du mir die Pads... Okay, was muss ich denn jetzt machen? Mir nachtscheunen wieder. Mir nachtscheunen. Ich habe hier... Annehmen... 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 Dann gehe ich auf Freunde... Annehmen... 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 Also... Warte, ich schicke den ne FA... Tjag... Ich habe ich schon, ne? Ich schaffe ich schon. Nein, ich schicke ihn... Nein, ich schicke ihn... Achso... Ich habe schon... Ah, damit du die schönen kleinen Pads kriegst! Ui... 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 der Tjag, der Tjag, der Tjag... Achso... Wo bist denn du? Im Spiel schon... Äh... Im Spiel... Gibt es ja auch keine Musik... Keine Musik... Do? Einstellungen... Sound aktiviert... Ah, du musst... Äh... Ich bin dumm... Ey, ich muss lautstärke anmachen, natürlich! Wie lautstärke anmachen? lautstärke an... Lautstärke an... Dann hört man... Musik deaktivieren... weil du in die rolle drück escape einstellungen und dann lautstärke so ja wenn wir kommen kommen unsere 125.000 wie kann ich denn hier geld verdienen ich kaufe münzen gefällt mir der romeo gefällt mir mal eine dumme frage wir waren hier vor gefühlten vier wochen aber ganz kurz dann mache ich schnell neuen server da wo wenige drin sind scheint mir dann kurz nach noch mal alle auch du ich weiß nicht wie das geht ja erklär es mir ich weiß es doch nicht was muss ich machen also wenn es nicht gleich geht dann wechsle ich wieder auf chrome hallo wie kann ich das geld hier ich will hier plümmen